Dann ein Modul, das dürften Sie noch nicht gesehen haben, das ist 514.de, das eingespannte Blockfundament. Unter Blockfundamenten versteht man Fundamente, die sich im Prinzip zwischen den normalen Flachgründungen und den Pfahlgründungen befinden. Das sind Fundamente, die sich dadurch auszeichnen, dass das Verhältnis von H zu B, also von der Höhe zur Breite in Lastrichtung, zwischen zwei Drittel und vier befindet. Wir können von diesen Fundamenten, wir können das als Rechteckfundamente vorgeben. Wir haben die Möglichkeit, noch eine Stütze vorzugeben, die den Lastangriff definiert. Das kann eine Rechteckstütze oder eine Kreisstütze sein. Wir können auf beiden Seiten unterschiedliche Neigungen angeben, also es könnte auch so sein, auf der Seite auch unterschiedliche Abstände des Geländes zur Oberkante des Fundamentes. Wir haben die Möglichkeit, mehrschichtigen Boden zu nehmen und auch den Wasserstand vorzugeben. Und die Fundamente, die eignen sich immer dann, wenn ich relativ große Momente habe im Verhältnis zur Normalkraft. Hier sehen wir nochmal die Belastungsbilder, also das ist für einachsische Belastung. Wir können Vertikalkräfte, Momente und H-Kräfte eintragen. Und es handelt sich in der Regel um unbewährte Fundamente. Wenn sie bewährt sind, dann ist es nur konstruktiv bewährt und wird bei uns bei dem Fundamenteigengewicht belastet. Also das sind unbewährte Fundamente. Und hier sehen wir jetzt, was rechnerisch gemacht wird. Es wird nämlich der horizontale Erdruck als Widerstand angesetzt. Da haben wir einen bestimmten Ansatz nach Steckner hinterlegt. Der funktioniert so, dass wir Gleichgewicht hier antragen, dass wir den passiven Erdruck auf der einen Seite und hier unten den passiven Erdruck auf der Rückseite antragen und oberhalb des Drehpunktes den aktiven Erdruck. Und das Ganze, wenn ich jetzt einen Moment in diese Richtung habe, drückt sich hier dagegen, drückt sich hier unten dagegen. Ich habe hier auch noch einen aktiven Erdruck, der dann oberhalb des Drehpunktes wirkt und an den Flanken eine seitliche Reibung, die dem Ganzen entgegen wirkt. Die Kunst ist jetzt bei dem Ganzen die Lage der Nulllinie oder des Drehpunktes zu finden. Und das macht das Programm, das iteriert diesen Drehpunkt, solange bis Gleichgewicht gefunden wird. Das sehen wir jetzt auch hier in der Ausgabe. Hier haben wir die Drehpunktkoordinate und die einzelnen Lastanteile. Und wenn es uns eben gelingt, dann Gleichgewicht herzustellen, beziehungsweise einen Zustand zu finden, bei dem das widerstehende Moment größer als das einwirkende ist, dann haben wir das Fundament nachgewiesen. Also immer wenn Sie Fälle haben, wo Sie große Momente und wenig Auflast haben, kann das eine gute Alternative sein zu einer klassischen Fundamentierung. Ja, hier noch ein paar Parameter, die wir im Kapitel Nachweise steuern können. Also den zulässigen Soldruck, den können wir uns entweder vom Programm automatisch ermitteln lassen. Das ist ein Ansatz von Lang und Huber. Man kann den auch vorgeben, wenn wir aus dem Bodengutachten andere Werte bekommen. Ähnliches gilt für den Sohlreibungswinkel. Dort haben wir hinterlegt, die Sohlreibungswinkel für Ortbeton oder Fertigteile ohne Mörtelbett, für Fertigteile mit Mörtelbett oder eben, dass man einen Wert, einen Sohlreibungswinkel selber angeben kann. Der seitliche Reibungswinkel, das ist auch etwas, wo vielleicht nicht jeder mit ansetzen will. Das ist auch wahrscheinlich kein großer Widerstand, der sich daraus ergibt. Das haben wir optional gemacht, den kann man auch abschalten. Also dass es praktisch seitlich an den Flanken parallel zur Belastung da noch eine Reibung mit angesetzt wird, kann man sicher darüber streiten. Deswegen ist es schaltbar. Ja, und die Neigung des Erdwiderstandes, die kann man ja unterschiedlich einstellen. Da können wir auch, wenn wir wollen, eine Schrittweite vorgeben, wenn wir die, dass wir da vielleicht ganze Gradzahlen kriegen und keine Zwischenwerte, die wir nicht in der Ausgabe sehen wollen. Ja, dann gibt es auch noch Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit. Die laufen im Prinzip so, dass man sich zulässige Schiefstellungen vorgibt. Auch da haben wir einige Grenzwerte hinterlegt oder man legt eben manuell den Grenzwert vor. Der letztliche Nachweis wird darüber geführt, dass man diesen Grenzwert in ein zulässiges M-Alpha überführt. Also aus diesen Grenzschiefstellungen wird ein Moment zurückgerechnet und wenn eben das Moment, das wir haben, kleiner ist als dieses zulässige Moment, dann ist mit Schiefstellungen zu rechnen, die kleiner als unsere zulässigen sind.